Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Schlüsselbund, der hat so viele Schlüssel, dass Sie jede Türe auf dieser Welt öffnen können. Egal ob das jetzt eine Gartenlaube ist oder ein Palast oder ein Einfamilienhaus. Und es kommt noch besser, stellen Sie sich vor, auf diesem Schlüsselbund sind so viele Schlüssel, dass Sie alle Türen der Gebäude der Zukunft auch mit öffnen können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Schlüssel Antikörper sind, dann können diese Antikörper so viele unterschiedliche Antigene, also Oberflächenmerkmale von Pathogenen erkennen, von Krankheitserregern, dass es eine schiere, unglaubliche Zahl von Möglichkeiten gibt, was unser Körper an Antikörpern produzieren kann, nämlich die Zahl von 10 Milliarden verschiedenen Antikörpern, 10 Milliarden Schlüssel. Über diese Antikörper und über diese Schlüssel möchte ich heute Ihnen mehr erzählen und spreche heute über die Aktivierung der körpereigenen Immunantwort gegen das Multiple Myelom. Und was Antikörper mit dem Myelom zu tun haben, das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten erzählen. Guten Morgen, liebe Frau Neltenstock, liebe Damen und Herren, ich darf Ihnen heute einige Themen erzählen, und zwar, was ist das Multiple Myelom, wie entsteht die Erkrankung? Dann möchte ich ein bisschen die Frage beleuchten, wie ist es möglich, dass das Multiple Myelom unserer effizienten Immunantwort entkommen kann? Dann ist die nächste Frage, wenn es möglich ist, der Myelom diesem Immunsystem zu entgleiten, kann man dann das Immunsystem gegen das Multiple Myelom aktivieren? Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen eigene Ergebnisse aus unserer Forschung berichten und wie wir denken, wie wir in Zukunft vielleicht das Multiple Myelom noch besser behandeln können. Ich habe Ihnen kurz über Antikörper und über diese Schlüssel erzählt. Es ist so, dass man diesen Antikörper oder diesen Schlüssel, dieses Bild sich so vorstellen kann, dass das ein ganz kleines Molekül ist, das zwei Arme hat, und diese Arme können diese Oberflächenmerkmale von Krankheitserregern erkennen. Und wie schon eingangs besprochen, es sind 10 Milliarden verschiedene Schlüssel oder Antikörper möglich, die unser Körper im Laufe des Lebens produzieren kann. Diese Antikörper sind so klein, dass die ein Zehntausendstel von dem Durchmesser von einem Haar ungefähr repräsentieren. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ein Hund vor dem Mount Everest steht im Größenverhältnis. Also es sind sehr, sehr kleine Moleküle und diese Moleküle, die nennt man auch Immunglobuline, die können unseren Körper vor Krankheitserregern schützen und werden von spezialisierten Zellen produziert. Das sind die sogenannten B-Zellen. Und diese B-Zellen haben an der Oberfläche den sogenannten B-Zell-Rezeptor, also dieses Immunglobulin, das, wenn es abgespalten wird, man Antikörper nennt. Was hat nun dieses System von Antikörperproduzierenden Zellen mit der Erkrankung des Multiple Myoloms zu tun? Zuerst möchte ich ein bisschen über diese Antikörperproduzierenden Zellen erzählen, den B-Zellen, denn es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was diese Zellen im gesunden Organismus machen. In unserem Körper entstehen jeden Tag Millionen von Millionen neue B-Zellen. Die werden im Knochenmark gebildet und entwickeln sich aus Stammzellen und über verschiedene Vorläuferstudien. Reifen die im Knochenmark heran, werden fast sprichwörtlich erzogen in diesem Knochenmark, dass sie sich an den Körper anpassen können, nur Fremdes erkennen. Und dann können diese naiven B-Zellen aus dem Knochenmark auswandern. Jede B-Zelle hat nur eine Art von einem einzigen Antikörper, also nur einen Schlüssel an der Oberfläche. Und dann gehen diese B-Zellen auf Wanderschaft, sitzen in den Lymphknoten, warten darauf, ob ein Krankheitserreger kommt oder nicht, wandern weiter. Und so geht das eine Zeit lang. Wenn es dann tatsächlich eintritt, dass eine B-Zelle mit ihrem Antikörperrezeptor, also mit diesem B-Zellrezeptor, ein Oberflächenantigen, also einen Krankheitserreger erkennen kann, dann bekommt diese B-Zelle das Signal, sich weiterzuteilen und zu differenzieren. Und diese B-Zellen werden dann zu Plasmazellen über verschiedene Stufen. Und diese Plasmazellen sind die Zellen, die die Antikörper produzieren können. Das heißt, diese Immunglobuline sind dann nicht mehr an der Zelloberfläche, sondern werden in den Körper abgegeben und diese Antikörper schützen uns. Das Interessante ist, so wie das bei den Lachsen oder in anderen Phänomenen der Natur zu beobachten ist, diese Plasmazellen, die kehren dann nach diesem Lebenszyklus zurück in den Knochenmark und können den Knochenmark verweilen. Und man weiß, dass aus Impfungsstudien oder aus Infektionskrankheitsausbrüchen, dass diese Plasmazellen ein Leben lang im Knochenmark verweilen können und unseren Körper schützen. Das heißt, diese Zellen können 70, 80 Jahre in den Knochenmark sich zurückziehen und Antikörper produzieren, wenn es nötig ist, sich gegen Krankheitserreger, nämlich den selben Krankheitserreger, mit dem man zuvor Kontakt hatte, zu verteidigen. Das heißt, das Knochenmark produziert B-Zellen, die später zu Plasmazellen reifen können und diese Plasmazellen, die produzieren Antikörper. Was hat das mit dem Multiplemiolom zu tun? Das Multiplemiolom ist eine Erkrankung, in der die Plasmazellen entarten, und zwar nur eine einzige Plasmazelle. Das heißt, von diesen vielen Zellen, die diese vielen verschiedenen Schlüssel produzieren können, gibt es eine Zelle, die eine Mutation bekommt, die entartet und sich dann beginnt durchzusetzen. Und im Laufe der Zeit verdrängen dann diese Myolomzellen andere Zellen, sodass dann nicht mehr Platz für andere gesunde Zellen ist. Und das ist natürlich ein ungesundes Gleichgewicht und das manifestiert sich dann später als Erkrankung. Jetzt ist die Frage, wie entsteht das Multiplemiolom? Denn nur eine einzelne entartete Zelle kann ja noch nicht eine Krankheit an sich auslösen. Wie funktioniert das, dass das überhaupt möglich ist, dass diese eine einzelne entartete Zelle den ganzen Körper überfluten kann? Und hier treffen auf jeden Fall Mechanismen zu, wie wir sie in unserer Umgebung sehen können, nämlich die Mechanismen der Evolution, so wie sie Charles Darwin beschrieben hat. Es ist so, dass ein entarteter Klon, diese entartete Plasmazelle, dass der zuerst einmal länger überleben muss. Gut, das können viele Plasmazellen, aber dann muss sich dieser Klon durchsetzen. Und hier sind Anpassungen an die Umgebung notwendig. Und zwar vielfältige Anpassungen. Und das Interessante ist, dass diese Myelomerkrankung ganz besondere Charakteristika hat, nämlich dass zum Beispiel das Multiplemiolom sich eigentlich auf das Knochenmark beschränkt und den Knochen zerstört und nicht zufällig irgendwo ist. Das heißt, offensichtlich spielt die Umgebung bei dieser Erkrankung eine große Rolle. Und das kennt man auch aus der Biologie, hier ein Beispiel von den Vögeln, die nicht fliegen können, aber sehr gute Läufer sind. Hier ist es so, dass wenn man die genetisch analysiert, diese unterschiedlichen Vögel, dann sind die gar nicht miteinander verwandt, dann nur sehr, sehr, sehr weitschichtig verwandt, viel fremder, als man denken würde. Aber gleiche Umgebungen haben dann zu dieser sogenannten konvergenten Evolution geführt, dass diese laufenden Vögel, die nicht mehr fliegen können, dann zum Teil einen sehr ähnlichen Phänotyp, also ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Und ähnlich kann man sich das mit dem Multiplemiolom vorstellen. Das heißt, wie kann das Myolom sich jetzt durchsetzen? Und hier sind ganz viele Prozesse notwendig, und die spielen sehr eng mit unserem Immunsystem zusammen. Denn unser Immunsystem verteidigt uns nicht nur gegen Krankheitserreger von außen, und unser Immunsystem schützt uns auch vor Zellen, die entartet sind. Und hier ist dann der erste Prozess, was eine Myolomzelle machen muss, ist also eine entartete Plasmazelle, sagen wir so, nachdem sie eine Mutation erhalten hat, die nach dem Zufallsprinzip entsteht und die nach dem Zufallsprinzip dieser Zelle einen Überlebensvorteil gibt, muss diese Myolomzelle verschiedene Dinge machen, wie sich zum Beispiel vor dem Immunsystem zu tarnen. Und das gelingt dieser entarteten Plasmazelle, indem sie weniger Oberflächenmerkmale dem Immunsystem zeigt, dass sie den Metabolismus umstellt, und obwohl diese Zelle ja unglaublich viele Antikörper produziert und an sich eigentlich gestresst sein müsste, oder auch gestresst ist, gelingt es dieser Zelle nach außen hin, ganz wenige Stresssignale dem Immunsystem zu zeigen. Der nächste Schritt in dieser Evolution ist, dass diese entartete Plasmazelle relativ schnell lernen muss, wie sie ein alarmiertes Immunsystem täuschen und unterdrücken kann. Und hier ist es möglich, dass eben diese entarteten Plasmazellen direkt oder in der Umgebung Moleküle produzieren, die das Immunsystem unterdrücken. Das sind die sogenannten Immuncheckpoints, aber das sind auch Zytokine, die freigesetzt werden, wie zum Beispiel die GF-Beta oder Interleukin-10. Es werden zusätzlich Faktoren produziert, die Zellen anziehen, die das Immunsystem unterdrücken können, wie zum Beispiel regulatorische T-Zellen. Und so werden dann diese Immunzellen gehemmt. Es ist dann im nächsten Schritt sehr gut zu beobachten, dass die ganze Umgebung dieser entarteten Plasmazellen, und das sind dann die Vorläuferstufen, wenn dann das Multipleiolom sich beginnt durchzusetzen, dass sich die Umgebung verändert. Es werden noch mehr immunsoppressive Zellen herangezogen und die Makrophagen, die eigentlich dann entartete Zellen auffressen sollten, die werden umprogrammiert. Das ganze Stroma verändert sich. Und zum Schluss ist es auch so, dass diese Myelomzellen dann ihre Signalkaskaden ändern und resistent werden gegen Zelltotmechanismen. Das heißt, selbst wenn das Immunsystem jetzt das Myelom als entartet erkennt, wird das resistent gegen die Angriffe durch NK-Zellen, durch T-Zellen und andere Immunzellen, die uns vor Krebs schützen sollen. Jetzt ist es so, dass das natürlich eine sehr komplizierte Situation ist, aber tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren deutlich gezeigt wurde, dass es möglich ist, das Immunsystem gegen Krebs zu aktivieren. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Immuntherapien, die in den letzten Jahren sehr deutlich Erfolge in der Behandlung des Multiple Myeloms erzielen konnten. Ganz vorweg, eine der ersten Immuntherapien war die Stammzelltransplantation. Hier war eigentlich das Konzept, dass man die Therapie intensivieren kann. Das heißt, man gibt noch toxischere Chemotherapie, vielleicht auch Strahlentherapie und ersetzt dann das Immunsystem, das als Kollateralschaden, die Stammzellen, die als Kollateralschaden zerstört werden, ersetzt die durch neue Stammzellen. Es stellt sich heraus, dass diese Stammzelltransplantation von eigenen Stammzellen oder von Stammzellen von einem gesunden, das ist dann eine allogene Stammzelltransplantation, das ganze Knochenmark umstrukturieren. Das heißt, diese Nischen, die das Myelom verwendet, um sich zurückzuziehen und zu schützen, die werden zum Großteil zerstört und dadurch kommt es zu einer Reorganisation des Immunsystems. Man kann das wie so einen Reset-Knopf verstehen, was dann passiert. Es kommt dann auch mehr dazu, nämlich, wenn man gesunde Stammzellen von einem gesunden Spender nimmt, dass diese Immunzellen dann auch die Myelom-Zellen direkt zerstören können. Dann waren sensationelle Erneuerungen, wie man die sogenannten IMITs, also immunmodulatorische Medikamente, in die Behandlung des Myeloms mit einbezogen hat. Und diese Medikamente waren sehr durchschlagend, weil man gelernt hat, dass die das Immunsystem aktivieren können. Und zwar in K-Zellen und T-Zellen und andere Mechanismen werden durch diese Medikamente, die direkt die Myelom-Zellen schädigen, zusätzlich aktiviert. Dann hat es eine große Entdeckung gegeben, dass es sogenannte Immun-Checkpoints gibt, die also eine überschießende Immunantwort verhindern sollen und dass Krebszellen, auch das Myelom, solche Checkpoints verwendet. Bisher gab es noch keine durchschlagenden Erfolge mit Inhibitoren, also mit Hämmern von diesen Checkpoints, aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass man nicht nur einen oder zwei solche Immun-Checkpoints in der Tumorumgebung finden kann, sondern mehrere und dass das Myelom vielleicht besondere Gegebenheiten hat, was diese Checkpoints betrifft und dass es vielleicht nicht ausreicht, nur die Hemmschuhe vom Immunsystem wegzunehmen, sondern dass man zusätzlich auch das Immunsystem anschieben muss. Ein ganz großer Stellenwert kann man den monoklonalen und bispezifischen Antikörpern zuschreiben. Also in dem Fall werden diese Antikörper, von denen ich Ihnen erzählt habe, eines Antikörpern nicht gegen Krankheitserreger gerichtet, sondern gegen Oberflächenmerkmale von Krebszellen. Und hier gibt es verschiedene Varianten von diesen Antikörpern, von diesen therapeutischen, nämlich Antikörper, die die körpereigene Immunantwort aktivieren und dann diese sogenannten depletierenden Antikörper das Immunsystem so aktivieren, dass die Zellen, die damit markiert werden, dann zerstört werden. Dann in jüngster Zeit ein sehr interessanter Ansatz ist, dass man Antikörper als Vehikel verwendet, um die Zellen zu markieren und dadurch werden dann toxische Medikamente in die Nähe oder direkt in das Myelom vertragt, sodass diese Zellen zerstört werden. Und dann wird dann zusätzlich noch einen immunogenen Zelltot sterben diese Zellen, dann wird zusätzlich noch das Immunsystem geweckt. Eine andere Variante ist, dass man diese T-Zellen vermittelten Antikörper verwendet, das heißt, man markiert die Myelomzelle und bringt durch diese bispezifischen Antikörper die T-Zellen in direkten Kontakt mit den Myelomzellen, dass die zerstört werden. Und über KT-Zellen, glaube ich, haben Sie schon sehr viel gehört. Das sind also T-Zellen, die man genetisch verändert und deren Rezepter direkt dann Oberflächenmerkmale vom Myelom erkennen kann. Hier gibt es durchschlagende Erfolge, aber es ist auch so, dass man gelernt hat, dass oft Resistenzen entstehen, zum Beispiel diese Oberflächenmerkmale, die man ausgesucht hat, zum Beispiel die ZMA, können von Myelomzellen nach unten reguliert werden, also verschwinden von der Oberfläche und dadurch kann dann der Tumor dieser KT-Zell entkommen. Daher arbeitet man an weiteren KT-Zellkonstrukten und weiteren Antikörpern, um weitere Oberflächenmerkmale als Zielstruktur zu nutzen. Jetzt ist die Frage, wenn diese Therapien zwar erfolgreich sind, aber wie ich Ihnen erzählt habe, das Myelom ja nach den Gesetzen der Evolution funktioniert, dass durch eine verändernde Umgebung immer dann dieser Zellklon oder diese Tochterzelle übrig bleibt, die resistent ist gegen den einen oder anderen Immunmechanismus, gibt es dann nicht Strategien, dass man versucht, die gesamte Krankheit zu erliegen, zu bekommen. Und das wäre, wenn man vielleicht ganzheitlich, gesamtheitlich versucht, dieses Myelom so zu packen, dass es keine Escape-Varianten gibt, also dass es keine Krone gibt, die dann irgendwie dem Immunsystem entkommen können. Und hier ist es, glaube ich, wichtig für zukünftige Therapieansätze, dass man die gesamten Eigenschaften der Grunderkrankung berücksichtigt. Und zwar das Multiplymiolom, wie ich Ihnen erzählt habe, stammt ja von diesen Plasmazellen ab. Und gesunde Plasmazellen können ja ihr ganzes Leben lang in ihrem Körper verweilen, sind also von Haus aus langlebig. Und weil die im Knochenmark sind, sind offensichtlich abhängig von ihrer Umgebung. Und das Gleiche trifft auch auf das Multiplymiolom zu. Und auch diese gesunden Plasmazellen werden eigentlich von den eigenen Immunsystemen in Ruhe gelassen. Und das missbrauchen offensichtlich auch die Multiplymiolomzellen. Diese Eigenschaften sind aber vielleicht auch die Schwachpunkte oder Angelpunkte, wo man vielleicht in Zukunft therapeutisch noch stärker ansetzen könnte. Denn die Abhängigkeit von der Umgebung sagt uns, dass Interaktionen mit der direkten Umgebung im Knochenmark für die Myolomzellen wichtig ist. Könnte das nicht eine Achillesferse sein für die Erkrankung? Das Zweite ist, die malignen Plasmazellen, diese entarteten Plasmazellen, sind so wie gesunde Plasmazellen sehr resistent und langlebig. Kann man nicht diese Resistenzmechanismen ausheben? Und das Dritte ist, dass so wie gesunde Plasmazellen eine Immunantwort gegen diese Zellen verhindern, kann das nicht auch für die Multiplymiolomzellen sein? Und gibt es hier Möglichkeiten, dass man über diese Mechanismen vielleicht die Immunantwort aktivieren kann? Und das ist etwas, was wir in meiner Arbeitsgruppe verfolgen und gesamt gesehen denken wir, sollte oder könnte das Fundament sein für ganz neue Therapiekonzepte. Hier möchte ich Ihnen in Kürze zum Abschluss ein paar Ergebnisse zeigen. Das Myelom, der Film spielt das hier links nicht, aber das Myelom ist im direkten Kontakt mit Blutgefäßen. Und das Interessante ist, in diesem Kontakt gibt es bestimmte Moleküle, wie das Myelom direkt mit diesen Blutgefäßzellen kommuniziert. Und eines dieser Moleküle konnten wir identifizieren, das ist das sogenannte Gem-A-Adhäsionsmolekül. Und das Interessante ist, wie in einem Teufelskreis wird diese Expression von diesem Gem-E auch auf den Blutzellen angeregt und so kann das Myelom sich immer mehr im gesamten Körper ausbreiten. Und tatsächlich ist es so, nicht nur in vitro, sondern auch dann in einem präklinischen Mausversuch, dass man, wenn man diese Interaktion blockiert, kann man das Myelom hemmen und die Ausbreitung der Krankheit verhindern. Das Zweite, was ich Ihnen gesagt habe, ist, dass das Myelom abhängig ist von Signalen aus der Umgebung, die jetzt nicht nur durch Zellkontakt zustande kommen, sondern auch durch Zytokine, wie zum Beispiel Interleukin-6 oder TNF-Rezepter, Aliganten, April, Buff und andere. Und das Interessante ist, dass natürlich diese Zellen, die diese Signale aufnühen wollen, die entsprechenden Rezeptoren an der Oberfläche haben müssen. Das BCMA hatte ich schon erwähnt, das ist eine Zielstruktur für K-T-Zellen. Das ist sehr oft auf diesen Myelom-Zellen zu sehen. Aber hier in der Analyse können Sie erkennen, dass nicht alle Zellen sehr viel von diesem Buff an der Oberfläche haben. Dafür aber werden andere Rezeptoren, die auch übergeben Signale vermitteln, auf diesen Zellen exprimiert. Das heißt, man kann sich sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt Zellen, die dieses BCMA hoch exprimieren, therapeutisch adressiere, dass dann andere Rezeptoren kompensatorisch hochreguliert werden und das Myelom, der in unantwortlich entkommt. Und hier haben wir uns jetzt mit Harald Weyern zusammengetan, ein sehr erfahrener biochemischer und molekularbiologin in Würzburg, und haben uns überlegt, kann man nicht diese Rezeptoren gleichzeitig adressieren. Und der Trick von einer ganz neuen Klasse von multifunktionalen Therapeutika, das sind Moleküle, ähnlich wie diese Schlüssel mit den Antikörpern, was ich mir erzielt habe, die auf dem Schlüsselbund gleich mehrere Schlüssel haben, die zugleich an mehrere von diesen Rezeptoren binden, die Myelomzellen brauchen, um zu überleben. Und die Idee ist, wenn man gleichzeitig diese Rezeptoren trifft, dann ist es möglich, wie hier in dem Experiment gezeigt, dass man dann selektiv das Immunsystem aktivieren kann. Und wir haben Glück, dass wir in Würzburg hier diese tolle Stiftung Forschung hilft haben. und hier hatten wir ursprünglich eine Anschubfinanzierung bekommen, um dieses Grundprinzip mal zu erproben. Und jetzt sind wir in der Lage, dass wir mit primären Patienten proben, die wir über die Diagnostik gewinnen können, dank des Einfachstellen ist es vieler Patienten, dass Zellen, die von der Diagnostik übrig bleiben, auch für die Forschung verwendet werden dürfen. Und mit präklinischen Mausmodellen, um das dann auch systemisch zu beweisen, dass es keine Nebenwirkungen gibt und diese Therapie erfolgreich und effizient ist, können wir diese multifunktionalen Therapeutika jetzt für die Mylontherapie erproben und wollen das, wenn es uns gelingt, so schnell wie möglich in die Klinik bringen. Das heißt, zusammenfassend ist es jetzt gelungen, über eine neue Klasse von multifunktionalen Therapeutika, die wie nach dem Lego-Baukastensystem zusammengesetzt werden können, zugleich Krebszellen zu hemmen und in diesem Moment, wo man diese Rezeptoren hemmt, wird das Immunsystem aktiviert und andersher als auf dem Bild gezeigt, sind es dann also nicht vier Hände mit vier Hemmern, die separat sind, sondern es ist vom Prinzip ein Molekül, das zugleich drei, vier oder mehrere Moleküle, die wichtig sind für das Mylon, adressieren kann und dann das Immunsystem aktiviert wird. Diese Forschung ist nur möglich dadurch, dass ich ein wunderbares Team habe von sehr engagierten, jungen Leuten. Ich konnte heute meine Mitarbeiter jetzt nicht namentlich erwähnen, aber es sind sehr viele junge, engagierte Wissenschaftler und ich kann auch diese Forschung nicht machen ohne die Unterstützung durch sie und vor allem durch die Unterstützung des Vereins Hilfe im Kampf gegen Krebs und die Stiftung Forschung hilft, die Frau Welkenstock ins Leben gerufen hat und durch andere Forschungseinrichtungen, die dann in Folge dann diese Grundkonzepte, die wir mit dieser Anschubfinanzierung zuerst testen konnten, dann weiterhin fördern. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich darüber und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Perspektiven zeigen, dass die Forschung sehr aktiv ist und dass wir versuchen, die Therapie des Multimunivillums in Zukunft noch besser zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank.